So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Daisy Standalone. Ich befinde mich hier gerade in Elektro und mein Kumpel Matze ist auf dem Weg nach Czerno und wir wollen uns dann beide in Czerno treffen und dann die Gegend unsicher machen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr von Daisy haltet und was noch alles reingepatcht werden sollte. Ah, jetzt kommen langsam die Textur. Okay, am besten hast du das Bild bekommen? Ach, warte kurz. Nee, noch nicht. Sicher, dass es gesendet hat. Ja. Ah, noch eine Weapon Flashlight. Ich habe eine dabei. Hier liegt mir noch eine leere M4A1. Hast du eine Waffe, ja, ne? Alter, ja, genau. Ich habe aber auch... Warte kurz. Ich habe dort, ähm, ja... 45 ACP-Rounds gefunden, gell? Äh, ja. Und eine FNX-45 und eine Magnum, aber in keins von beidem geht es rein. Döö, die geht doch gar nicht in die Dings. In die FNX, da gibt es FNX-15-Magazine, das ist die Pistole. Und, ähm, das andere... Äh, I-57 Magnum. Munition. Was? I-57 Magnum. Hä, und wie, was habe ich denn gerade Munition? Weiß ich, nee, es gibt noch eine Pistole. Äh, das ist doch ein Scheiß. Ja, ich muss das ganze Trinken hier wegnehmen. Und Alex ist voll in die Aufnahme, jetzt gejoint. Was habe ich denn hier gefunden? Paper! Entschuldigung! Sehr schlimm. Wo bist du mit deinem Charakter, Alex? Ich bin ja mal 9 Elektro. Ja, ich auch. Wir treffen uns mit Mats in Cerno. Er kommt von da, vom Flughafen. Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor, Daisy zu spielen, oder sonst. Achso, okay. Aber ich muss ja mal Daisy starten. Alter, Max ist immer noch nicht angekommen. Hast du, ähm, Privat- oder Dingsgruppe geschickt? Die Privat. Ja, jetzt steht er... Ich erneut senden. Ja, wusste ich's doch. Jetzt. Jetzt ist angekommen. Äh, hat's das Knacken gehört? Nee, ich... Sie ist aber gerade bei mir, letztens, ja. Achso, okay. Weil das war genau zeitgleich. Als bei mir der Klack zum Abgesendet kam, hast du schon gesagt, es ist gekommen. Bin ich... Bin ich in... Ah, da. Und wo treffen wir uns? Äh, Elektro. Was ist es nicht mehr weit, hast du gesagt? Cerno, hab ich gesagt. Ich hab noch nicht mal die Hälfte, Max. Hä? Ich hab noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Guck mal, ich bin immer noch Elektro und ich muss noch nach Cerno rüber. Oh, okay. Aber gut, ist ziemlich gleich weit. Okay, dann sogar noch ein bisschen mehr. Was hab ich denn da drin? Painkillers! Sehr geil. Milch bringt's übel, gell, bei... Ähm, ich war vorhin mal krank. Auf dem Flugplatz. Hab ich ein bisschen... Was hab ich da? Äh, Chips. Ähm, was hast du getrunken? Ja, ich hab... Powdered Milk... ...gegessen oder getrunken, keine Ahnung. Okay, echt? Und es hat was gebracht? Ja. Cool. Ich hab einen Revolver gefunden. Magnum. Magnum, ja. Und ACP... Toll, ACP... Ja, eben. Die passen nicht mehr. Ich auch. Können jetzt decken. Die passen nicht rein, ne? Ne, ne. Hab schon versucht. Scheiße. Aber ich hab wenigstens noch... Äh, zwei Magazine für die... Ähm... FX-Dings da, wie ihr heißt. Weißt, welche ich meine? Ähm... FX. Achso, dafür hast du noch Money. Ja, zwei Magazine. Die hab ich doch jetzt in Alex rausgeschmissen. Was sind wir die gefunden? Oh... Am R4 oder oben. Echt? Aber die Pistole hat dich Alex rausgeschmissen letztes Mal. Wenn du dich davon erinnerst. Ich hab eine dabei, Max. Ja, ja, klar, kannst du haben. Ja, nee, ich kann dir die Pistole geben. Nö. Ich hab ja die... Ähm... Warum bin ich neu gespawnt? Äh, das ist doof jetzt, wenn du neu gespawnt bist. Das ist jetzt echt fail. Aber, weißt du, wo ich gespawnt bin? In... Äh, scheiße, wo bin ich hier gespawnt? Oh, fuck, ganz rechts wieder. Er hat dann... Ey, dann ist das kein offizieller Server hier. Ach. 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 Taktik. Oh, so. Spiel wir dann hier auf dem offiziellen? Ja, dann spielen wir dann auf dem offiziellen. Matze, hast du ne Taktik oder hast? Ähm, Moment. T, T, S, K, O. Ah, du hast ne Weste. Obwohl. Okay, Assault West Black. Ja, gut, er hat genau... Wie viele Slots hat deine Weste? Acht. Okay. Kann ich den Stromleitungen hier folgen? Ja. Ich glaub schon. Dann komm ich bestimmt nach Cerno. Ja, wir nach Cerno auf jeden Fall. Also, ich lauf von hier jetzt sicherlich nicht nach Cerno. Wo bist du? Ganz rechts. Okay. Ah, ne, ich... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt vielleicht noch ne Long Range Scope dabei. Hm, cool. Ich find ja doof, dass man nur eine Waffe tragen kann. Wenn wir die Mosin... Äh, wenn man noch ne Mosin mitnehmen könnte, wäre das richtig geil. Hey, kann man den nicht in Backpack packen? Also, kannst du schon. Das scheint im Moment nicht wirklich. Aber die verbraucht richtig viel Platz, ne? Da brauchst du, dann bleiben noch vier Slots übrig oder so. Ich hab ja... Ich hab ja eine gefunden in dem Office da. Und die konnte ich dann eben auch nicht mitnehmen. Hm. Wobei die Mosin ja eigentlich richtig geil ist, ne? Ja, so als sie zweit war, wäre die schon richtig geil. So zum Campen und Snipen. Ja. Jetzt fehlt dir mir das, was die so ein richtiges Snip einbauen. Ach, da kommt sowieso noch alles. Ja. Habt ihr die Modelle von denen gesehen, was die auf Facebook gepostet haben? Nee. Dass noch so die AK kommt und so. Ja. Soll sie eigentlich schon geben, ne? Irgendeine AK. Ne, AK haben sie ja wieder rausgepatcht. Achso. Aber Sniper gab es ja vorher auch schon. Deshalb denke ich, dass die dann noch wieder kommen werden. Ach, da ist ein Zombie. Ich will mich killen lassen. Kill mich. Ich brauche kein Essen, ich brauche kein Trinken und ich bin healthy. Wenn der Zombie geschnebt, ist das perfekt, oder? Ja. Dann ist das perfekt. Ach, perfekt. Ich habe mich geschlagen, ist der Zombie-Ton. Sollte irgendwie genau andersrum sein. Ähm, ich glaube, ich sehe da hinten, Scherno. Ja, ich muss erst noch... Ich bin nicht, ich laufe gerade mal aus Elektro raus. Oh. Oh. Wenn nicht können wir uns auch Prigo-Rodki treffen. Ist den Scherno ein gutes Blut? Elektro ist besser. Also Elektro ist halt durch die zwei Feuerwachen, die da sind. Äh. Ja, ich finde so viel Industrial und Medic hauptsächlich. Und naja... Heute Loot ja generell hier immer noch relativ wenig. Also... Wenn man nicht direkt am Airport vorbei läuft oder so, dann geht es relativ schnell da hinzukommen. Ja. Am Airport vorbei läuft? Ja, ich bin ja immer als erstes, als ich hochgerannt bin ich ja vorbei und zu weit gerannt. Oh, okay. Brauchst knapp ne halbe Stunde. Dreiviertel Stunde. Eins kill mich doch mal, Mann mach mal schneller. Hä, bin ich grad bescheuert? Oh, das ist Scherno so groß. Ich weiß nicht, ich sehe hier grad riesen Hochhäuser. Wenn du da so ganz viele Hochhäuser siehst, dann bist du noch nicht in Scherno. Da sind fünf eben in einer Reihe und links davon sind dann noch so zwei, keine Ahnung. Also Scherno ist auch direkt am Wasser. Ne, das ist dann die neue Stadt da drüber. Ach, ich wiss wo du bist. Ja. Obwohl du mich verarscht, jetzt bin ich schon wieder hier gesporen. Du bist zwischen Scherno und Balota. Mhm. Und Balota... Ich hab mich auch. Schau hier mal kurz rein. Lol. Was? Ich fühl mich nicht sicher, aber ich glaub, ich hab grad nen Schuss gehört. Das klang wie ne Mosi, weil der war relativ laut. Ah, ich bin schon wieder hier hinten gespawnt. Hm. Wenn ich jetzt hier noch nen zweiten Zombie finden würde, wird das echt genius. Mats, wo läufst du jetzt hin? Mats, wo läufst du jetzt hin? Bist du in der Stadt drin? Oder ähm, läufst du nach Scherno? Ja. Ja. Oh Gott, bin ich in der Stadt drin. Ach so. Ach so. War auch schon früher so. wo du nicht wusstest. Wo du nicht wusstest, dass ein Military Camper ist, wo früher keins war. Ach du meinst... war einmal irgendwo in dem Wald? Ja. Ach so. Ach so. ich hab drei Häuser durchgeguckt und das war nix. Und da hab ich mir gedacht, ne komm, das guckst du auch nicht mehr. Doch, Tankstelle bin ich auch vorbeigegangen. Ja, dann chill mal. Ich chill, ich renne hier nur zu so nen Häusern hin. Ach so. Ach so, das sind Häuser an der Eisenbahn, direkt. Chill. Ja, ja, also hier ist ne Eisenmaschine aber kein Eisenbahnübergang. Ja, aber ich bin jetzt hinten an der Tankstelle. So. Ich lauf jetzt einfach an der Eisenbahn entlang. So, da kommen wir jetzt gleich Häuser. Die Eisenmaschine verläuft dahinter. Von wo aus? Vom Strand aus? Oder vom... Ja, hinten am Strand. Ich lauf jetzt... Die sind Spieler. Dürften aber nicht, wir sind halt. Wette aber nicht. Da hau ich mir jetzt erstmal. Das hau ich mir jetzt rein. Äh... Kann nicht schneller klettern der Pisser. Komm senk- schnelle-schlelschlelschlelschlelschlelschlelschlelschlelschlelschlelschlelschlel. ich bin da wo die Straße über die um über die Schienen geht an den Bahnhof ich weiß das ist vor Köln oder sicher schon die Formel über du bist noch auf dem Berg Nö ich bin jetzt hier in dem Grünhaus dran was direkt da ist dann lau ich da mal straight drauf zu nur wo der Fikertin Park und bitte unbedingt töten matze du weißt was er hat da tötest du jeden das war sehr spätestens dass ich da bin hast geschossen aber krass ist echt dass man keinen unterschied zwischen wenn er mit schalldämpfer schießt oder wenn ohne schalldämpfer schießt was die effekte noch nicht drin haben das war aber auch früher kaum da hat man kaum unterschied das einzige war dass die Zombies die ich anscheinend nicht gehört habe mit dem Schalldämpfer die Spieler trotzdem ich sehe dich ja richtig nicht aaaahhhhhh weg hier einmal ist hier irgendwo ein Brunnen gewesen ne hier nicht Moment hier muss einer sein ich muss mal eine Kantine auffüllen ach ich trinke mich dann nämlich schonmal einigermaßen voll oh Leute ich hab irgendwas nachgeladen ja gm4 würde ich sagen oh teils Rüst fuck okay ich bin voll okay ich hab den Pisser verloren so warte mal wie mach ich jetzt nochmal hier ähm die Wasserflasche voll die Hand nehmen die Hand nehmen ach so die Hand nehmen ach so die Hand nehmen dann müsste ja glaub ich viele Kantine stehen oder auch sowas ich hab mich so die Hand nehmen ja ob ich ich hab mich aber ich hab mich Vielen Dank.